Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit einem neuen Let's Play. Ihr habt auf Facebook gewählt und es ist Alien Isolation auf Pelzig. Ich freue mich jetzt schon ziemlich arg das zu spielen und auf der anderen Seite habe ich genauso sehr Schiss davor das zu spielen, weil es ist nicht so lange her, dass ich das Spiel mal gezockt habe, aber ich habe es allermeiste wieder vergessen. Und ich weiß, es ist ewig lang, es ist wahrscheinlich noch länger als The Last of Us, was ich vorher gespielt habe, aber es ist auch unglaublich gruselig und ich habe so manches Mal wirklich richtig Schiss gehabt in dem Spiel und ich bin gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet, wenn ich dann entsprechend, ach, wieder mir in die Hose mache und bin mal gespannt, was noch dazu sagen. Lass mal einfach Kommentare, wenn es euch gefallen hat und ansonsten würde ich sagen, fangen wir doch direkt an. Ja, ich wollte noch dazu erwähnen, dass das ganze Let's Play natürlich auch wieder im Pelzer Dialekt stattfinden wird und sollte ich zu langsam oder zu schnell sprechen, sollte ich irgendwie u-klar retten, sollte ich zu sehr nuschle, sagen in den Kommentaren einfach Bescheid, dann rette ich ein bisschen verständlicher und es wird wahrscheinlich nicht im nächsten Teil dann so sein, wenn ihr den Kommentar abliefern, aber ich wäre es auf jeden Fall berücksichtiger und wäre es dann auch ab einem bestimmten Teil mache und dann auch nochmal erwähne und mich nochmal für die Kritik bzw. was Feedback bedanke, weil ich bin wirklich um jedes Feedback dankbar, was ihr mir geben wollt. Ja, dann fangen wir doch mal an mit Alien Isolation selbst und starten das Spiel, ich bin zwar schon eh mal durchgegangen, aber ich würde sagen, wir starten ends. Äh, ne, Head Tracking habe ich nicht, ich habe hier keine Kamera dabei, glücklicherweise muss ich sagen. Geräuscherfassung machen wir auch nicht, sonst beim Bubble und so weiter, beim Let's Play, das geht einfach nicht, sonst hört uns das Alien jo ständig. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal A-Fänger, weil leicht, ja, das geht, Mittel ist trotzdem fies, schwer, das will ich echt gar nicht wissen und Albtraum, der ultimative Überlebenstest hieß, vergiss es, never ever, das mache ich bestimmt nicht. Das könnte man irgendwann einmal vielleicht machen, wenn wir mal sagen, hey Yankee, das Let's Play war so witzig, beziehungsweise du hast dich so witzig angehört, wenn du durchgedreht bist, mach doch mal ein paar Sequenzen auf Albtraum, dann können wir mal gerne drüber retten, aber ich bin erstmal froh, wenn ich es auf dem allerleichtesten Modus durchgezockt habe. Jawoll, das wollen wir, ich habe es ja schon mal durchgespielt. Na gucken wir mal, ja, gerade so der schwarze Hintergrund sichtbar. Müsste dann so sein. Wunderbar. Dann fahren wir doch direkt A. Es wäre ganz schön, wenn ihr den alten Film Alien gesehen habt, von 1979, weil ich wäre im Laufe von dem Let's Play ein paar A-Spielungen drauf mache. Wird keine Voraussetzung sein, aber es wäre schön, weil der Film ist absolut genial und seht so meine Lieblingsfilme. Und ich wäre natürlich bei dem Spiel ein paar A-Spielungen mache, weil es unmittelbar an den Film eigentlich A knüpft, könnte man sagen. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in sechs Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ja, das war die Durchsage aus dem ersten Alien-Film zum Schluss. Deswegen wäre es wirklich nicht schlecht, wenn wir den Film gesehen hätten. Ist nicht zwingend notwendig, wie gesagt. Aber es wäre schön. Einfach damit nachher das Stück Filmgeschichte mal erlebt habt, weil es ist einfach nur großartig. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschrauber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zur Nostromo gehört. Wo? Zitteretikuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrens macht sich in zwei Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt... Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Jo, wunderbar, dann spielen wir heute Ripley, ihr Tochter, und wissen schon in etwa, was uns erwarten könnte. Ja, wie das typisch ist beim Alien-Universum, wenn man seine Raumfahrt beendet hat, kommt erst mal das Erwache aus der Schlafkältekammer. Und, ja, dann gucke ich mich mal um. Mit rechter Cursor-Taste kann ich mich umgucken, mit linker kann ich mich bewegen, und die Aktionstaste ist hier X. Ja, das ist so genial, diese alte Maschine, die noch so 70er-Jahre-Stil hennen, wie das auch beim ersten Alien-Film noch der Fall ist. Ich finde es so großartig, wenn man sich jetzt vorstellt, gut, wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo es eigentlich Raumfahrt und so weiter gibt, aber sie haben wirklich nur noch mal die 70er-Jahre-Original-Alien-Technik und, ja, Ausstattung hier genommen, was ich super finde, dass sie dann nicht irgendwie gedacht haben, gut, für das Spiel machen wir irgendwie was total Modernes, was total Neues, sondern es soll im Zuschauer einfach bekannt vorkommen, was man so vor sich hat. Und es soll wirklich auch alles vertraut wirken. Dann hätten wir hier noch mal Terminal. Können wir uns dann durchlesen jeweils, wenn man was durchsteht. Knapp verpasst. Verlaine suchen sie noch einen Navigationsoffizier. Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen, seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacore haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleineren Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Wayland Yutani ordentlich. Viel Glück jedenfalls, wenn man sie nicht schlagen kann. Was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. Ja, das sind immer wieder so Texte, die man hier lese kann. So zu Sache eigentlich was Optionales. Und hier haben wir dann auch unsere Speicherstationen. Das können wir direkt mit unserer gigantischen 60er, 80er, was auch immer jure Giganto-Diskette speichern. Und das machen wir noch gleich. Hier haben wir dann auch das Kassette-Symbol. Ja, für alle jüngeren Zuschauer, das ist eine Kassette. Das soll es mal früher gäbe, aber. Bin hier noch selber mit Großwoche. Da merkt man dann irgendwie doch, dass man älter wird. Dann, was haben wir hier noch, Janice? Crew-Poster. Das kann ich ein- und ausschalten. Verlaine, Connor, Samuels, Taylor und Ripley. Das ist unsere Besatzung. Alle schon registriert. Das heißt, alle schon aus dem Kälteschlaf aufgewacht. Ja, bevor wir da in der Fein-Rip erscheinen. Wenn wir uns erstmal angezogen. Und die epische Mission bestanden. Ich kann am Anfang wirklich noch lachen und Scherze machen und hi-hi-hi, ho-ho-ho. Weil es kommt noch kein Alien. Deswegen bin ich derzeit noch sehr froh darüber. Und kann noch hier die Welt schön erkunden. Kann man noch alles in aller Ruhe angucken. Auf dem Kurierschiff, auf dem wir hier gerade sind. Und muss noch nicht Angst haben, dass mich irgendjemand verfolgt. Oder mir ans Leder will. Oh, das wird sich noch einer rennt im Spiel. Und glauben wir's, ich hab schon sehr viel vergessen. Das ist schon fast wieder ein blindes Let's Play, was ich hier mach. Weil es ist Ewigkeit daher, dass ich das gespielt hab. Beziehungsweise hab ich auch sehr viel verdrängt, muss ich sagen. Aber lass ihn euch totofun nicht abschrecken, dass man selber zu spielen, wenn ihr mal Bock drauf habt. Es ist wirklich ein absolut großartiges Spiel. Und für jeden Fan von der Alien-Reihe ist es wirklich ein Must-Have. Huch, jetzt hab ich mich... Achso, so kann ich mich... Ah, ja, genau. So kann ich mich dann um die Ecke rum bewegen mit meinem Blickfeld. Und zwar könnte ich so stehen bleiben. Und dann, oh, 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 oh. Ist es do, ist es do, ist es do. Oh Gott, da hat sich was bewegt. Das werden wir dann später noch gut gebrauchen können. Das läuft über LNs. Ich wollte aber eigentlich gucken, wie man rennt. Äh, rennen können wir... Ne, rennen können wir, glaub ich, noch nicht. Das ist noch nicht notwendig. Können wir da überhaupt hoch? Na? Ne, will gar nicht. Okay. Ich hab schon gedacht, ich hätte irgendwas verpasst. Weil ich will eigentlich am Anfang noch so viel wie möglich erkunden. Ja, Renne können wir noch nicht. Das ist schade. Kommt erst später wieder. Weil dann, wenn wir es gebrauchen können. Ah, da haben wir die erst schon. Merkt man. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich werde mich mit ihm kurz schließen. Wie heißt das? Wer hat denn der dann in den Kaffee gebrunst? Jetzt mal ohne Witz. Das Mädel ist anscheinend auch ohne Humor geboren worden. So recht zur Voraussetzung, um bei der Rechtsabteilung zu sein. Gehen wir noch da wieder rein. Privat. An Taylor. Antworten aus Dromo-Vorfall. Weyland Yutani. Datei. Schlag mich tot. Hey Taylor, ich habe Ihren Auftrag gehalten. Es könnte eine Weile dauern, die Dateien auszugraben und der Vorfall war vor meiner Zeit bei der Firma. Bei den Details bin ich mir nicht sicher. Im Jahre 12... Äh. Im Jahre 1122 ging der Fracht der USCC Nostromo von Weyland Yutani verloren. Keine Spur von Fracht oder Besatzung. Mit Ausnahme eines neuen Wissenschaftsoffiziers hatten alle sieben Crewmitglieder bereits zusammen dort gedient. Dallas, Ash, Kane, Ripley, Lambert, Parker und Brad. Alles Top-Leut. Weyland Yutani hat dadurch eine Stange Geld verloren. Es gilt als Schandfleck in der Firmengeschichte. Ich habe den Eindruck, die haben es nicht gern, wenn man davon spricht. Ich versuche, die Dateien später zu finden und ein paar Punkte zu klären. Wenn sie wollen, kann ich mit ihnen zusammen durchgehen. Vielleicht färbt etwas von ihrem Glück auf mich ab. Wie ich höre, haben sie die großen Tiere mit ihnen vor. Äh. Wie ich höre, haben die hohen Tiere Großes mit ihnen vor. Saul. Ja. Dann würde ich sagen, hier machen wir erstmal unseren Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Deal, wenn wir noch weiter unseren Frachter hier erkunden, bei Let's Play Alien Isolation. Uff, pelzig. Machen's gut, ihr liebe Leid. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Eiern Yankee. Eiern Yankee.